Bruder, ganz kurz, ne? Ich glaube, du hast den absolut schlimmsten Wangen und Kieferschmerzen, die es nur gibt. Versuchst einzupennen und du wachst auf, weil du ein komisches Geräusch hast und dann hast du auf einmal das Fieder an der Brust. Guck dir an, wie fett diese Schnarke ist. Das Ding war bei mir literally auf der Brust. Und ich habe das Ding einfach geupercuttet an die scheiß Decke.